Wie hier in Meißen gab es heute zur Wochenmitte in vielen Regionen strahlenden Sonnenschein. Und vom Sonnenschein hatten wir in diesem Monat schon mehr als genug. An vielen Stationen haben wir schon die 100 Prozent überschritten. Beim Regen gibt es weiterhin viel zu wenig. Aber jetzt am Donnerstag versucht es eine schwache Kaltfront im Nordwesten und bringt hier zumindest mal ein paar Regentropfen. Im Süden ändert sich beim Wetter nichts. Nebel und Sonnenschein dominieren hier weiterhin. Im Dauergrau leichter Frost, im Nordwesten nochmal zweistellig mit 10 oder 11 Grad. Und auch am Freitag gibt es lokal vorerst das letzte Mal zweistellige Höchstwerte. Im Südwesten mit Sonnenschein bis zu 10 Grad. Im Norden bleibt es bei einigen Wolken mit etwas Regen. Im Süden ändert sich beim Wetter insgesamt wenig. Jetzt blicken wir mal kurz zum ersten Adventswochenende mit den Temperaturen. Geht es nämlich Stück für Stück bergab. Beim Wetter bleibt es beim Mix aus Nebel und Sonnenschein. Ja und pünktlich zum ersten Advent, da kündigen sich von Osten hier und da auch mal ein paar Schneeflocken an.